hallo und herzlich willkommen bei ob du behindert bis 90 wen gehört haben ja ich weiß auch nicht und dach und dach weißt du was der robert macht robert schlägt sich gerade glaube ich eine banane ins ohr ich kaufe der karotte zum frustabkommen übrigens gucken wir mal gerade ob der robert seine ankündigung wahr gemacht hat die robert die roberta so wie ich die letzten zwei runden reingest du hast aber schon einen dicken arsch klar wollte mich deinem charakter bisher anpassen ich finde die mütze vom krisenio den helfen ich habe ich ja mal von warms aber gettung geklaut die liegen ja richtig haut eng an ja das ist aerodynamisch sehr gut damit geht das messern viel besser so läuft das sind übrigens auch privat rum ja und du läufst so oder wie kransen robert auch genannt prison brak und da da muss ich ein schild mitnehmen übrigens hat er des bin was sollst du eben sagen der des bin hat behauptet deine mutter stinkt nach fuß das war das zweite vielleicht nein die trefferzone bei frauen wäre niedriger richtig über deiner mama so starker arm wird für wixer war sie und lack mogi war also noch mal für alle die schild kollegen das sind helle und ich wir rennen nach b mit eurem feuerschutz natürlich als ob ich dir feuerschutz gebe abgesehen davon dass ich eh nicht treffe wenn ich schieße das ist eher das problem weißt du was ich schade finde dass wir hosteln immer legen müssen wir müssen nur immer dann verteidigen und da wir so geil sind sieht man das selten ich glaube der krisenio schießt höchstens in den rücken wir mal in den arsch immerhin treffe ich was im gegensatz zu dir gut ist sicherlich über krisenio knackig so oder was und das eigentlich genau ein bisschen weiter links geradeaus geht direkt mal wurfmesser rüber in der hoffnung kommt bitte einmal einmal krisse kleine kohle ohne eins ich mein wort man kriege ja dein schild sieht aber ich bin aber auch ich hatte gar keine über uns über uns direkt als einer haben da wirst einer direkt durchgerutscht was ich selber aber was ich selber ja habe ich selber kein problem habe ich so ausgerettet ja kein problem habe ich auch wenn oben einer bei den baum stämpfen ist dann könnte die marke bestätigen aber ist kein zwang rumbelegen weg da wir kommen rein ich komme an und rein jetzt er geht doch mal raus ich komme nicht aus er zu beendet roberta geber weg ich bin der von unserem spawn aus roberta guck mal ob wir hier alles schön ja luft ja luftig alles luftig verpackt und das ist eine taktik er bombe bombe man sich an der funktioniert nicht mehr euch gerne kein problem einer läuft noch noch ich kann schon verstehen dass der Rekorder er überrascht ist dass robert und nicht vorne sind das kommt jetzt nicht mal eben neu starten das ist das problem an oben oder unten habe ich habe ich habe ich easy noch einer und da hat er mich da hat er mich wo denn ach scheiße nach da ok hier steht hier vorne rechts ja da ist er noch mir steht vor dem schild vor wo ist die bombe kommt von unserem spawn irgendwer die bombe ich habe die bombe ich habe kein dinges mehr ja komm rein er läuft über den mittel begangen mittel dinges hoch soll ich da auch drin bleiben oder was komm her köter köter komm hermann oder soll ich raus wenn ihr euch da rein ich glaube der fliegt ihr euch da mal rein kannst du über mich rüber schießen wenn ich mich ja kann ich glaube ich sieht so aus geil dann machen wir das nächste mal ok ich hoffe ich behalte meinen hund ne der stirbt jetzt hast du auf deiner playstation swipe installiert oder warum wüschst du immer hin und her ach so nee das ist ernsthaft ich habe jetzt echt meinen hund nicht mehr dabei ne der gibt es noch für eine runde was ist das denn für eine behinderte scheiße los und die gehen wir nach vorne machen wir hier und so das ist nett wer oh achtung auf der links vom fluss mike pass auf ja fall um jetzt ja hab ihn noch einer am fluss ok ist down da habe ich dieses ich wurde ich angehittet da habe ich dieses schwule stöhn von der von dem ich habe eine triniti soll ich die abgeben in der mitte ja ich habe auch so ich habe die auf verletzt nur leben oh 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 zu legen läuft ein skype record immer noch läuft noch läuft drei zwei eins weil ich habe vor dir synchronisiert hast du wahrscheinlich nicht mit aufgenommen korrekt wo ist mich geil auf einer läuft unten lang ich bin da könnt mich mal das war meine trinities aus wie viel trinities haben wir denn einige marken 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 ja also die sind alle da krisen wo waren die ja da waren drei im flussfeld aber jetzt sind ja neu gespawnt ganz rechts außen rum richtung weh ja aber die die sie gerettet haben sind zumindest im flussfeld also wie viele noch alter der letzten da ist das unser nein kreger hallo kreger kreger spiel angezeigt der letzte hier kreger aber glück weiter was war das für ein trinitee massacca wo wer steht dann so oder ich mich bist du direkt am pc ja ich rufe dich direkt noch mal an ist das geil ich behalte jetzt nur noch den weiblichen charakter hier geil direkt multitasking fähig kannst laufen und schießen jetzt die politik wirklich richtig la 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 ich sitze am pc ja ich rufe dich direkt wieder an sag mal dem bett bin er hat recht mit der box ach du hast eine runde gespielt alter aber kein zufall aber wo ist der mike jetzt ich habe gerade mal geschrieben was ist da los hast du ist das eine waffe in deiner tasche das ist hier live das ist nicht geschnitten kopfnuss massacca real boy ja wird wohl viel spaß beim synchronisieren später krieger es wird so widerlich der krieger muss nämlich jetzt alle paar sekunden immer mal wieder gucken ob das doch alles dann synchron ist das heißt dann könnte es jetzt krieger sagt es immer am leichtesten wenn er robert was macht weil er redet immer meistens sehr laut an plötzlich warum nimmt der mike jetzt nicht an keine ahnung darf man rausziehen oder facebook ist gut spielt auch mit toll und i love messer geht doch ja skype ist erstmal hammer premium abgeschmiert also hier in groß fällt definitiv die funktion von black ops 2 dass man alle auch einmal muten kann kannst du doch im spiel ja im spiel super super wichser basi könnte es aber jetzt auch noch zur abwechslung wieder mal ein paket zu machen sonst das ist ein bisschen sonst langweilig für dein publikum hat gerade mitgespielt der blöder seite hat er ja wenigstens 0 zu 0 gespielt ja 0 0 mit 0 rettung deswegen fragt ich habe ich bin der robert und hat gerade so 0 3 schwänze als finger ersatz schreibst du auch vielleicht verstehst du merkt schon dass der robert gefangen in einem männlichen körper ist mit seinem weiblichen fondant hat er sich wesentlich besser gefühlt ja zu 0 zu 0 schreibst du mir doch egal kannst du googeln p i n d a n t 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 5, 8, 7, 3, 4, 9, 9, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 oder 3 halt die fresse du spasti hihihihi hihihi hihihihi sonst bist du gleich nicht mehr mit dabei hihihihi oh tschüss oh tschüss hihihi 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 Ich blende B. Also einer ist noch, der bleibt bei B, der glitscht sich irgendwo rum. Jeder, der mich messert, der muss einfach nur Glück haben. USPV, Hurensohn, FFS. Ach, nachher irgendwie nicht schlecht. Oh, meine Marke wurde eingesammelt. Aber nicht von einem von uns. Ja genau, Robert 2-0. Robert 2-1. Wir müssen W schützen, ne Robert? Ja, ich lauf gerade. Nicht so W. Aber kann jetzt noch eine Meier garken? Marke geiern. Meier die Garke! Garke gemeiert! Oh! Auf der Fall und übt daneben. Bei B. Ist wahrscheinlich tot. Oh. Oh. Schön, dass ich Garke gemeiert habe. Du Garke gemeiert. Das wäre meine nächste Trinity gewesen, auf kurz oder lang. Aber nein! Oh, gut. Ich war die Garke meiern. So, Satcom. Satcom. Das wäre mein nächste Trinity gewesen. Ich habe eine Satcom. Wir haben die Bombe. B. 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 Oh, wo ist er? Nein! SPV, wie ich bis hierhin gehört. Von wo? Oh. Hinter dem, hinter dem Loren. Die Dinger sind aber auch ranzig, ey. Der ist aber mal echt. Rock, ich hab dich. Oh, ey. Ja gut, ich mein, er heißt ja auch schon I love Messer. Und so willst du... Was? Wann ist das? Was willst du? Lebt noch einer. Der Wichser lebt noch. Ich wollte eigentlich die Marke noch eben einsammeln. Find die nicht. Hinter dir, Robert. Der kommt da rechts durch den Gang. Nein! Ich hätte es wirklich die Trinity-Rakete gehabt, wenn ich das nicht hätte legen können. Scheiße. Hört mich ja ankotzen, ne? Die Probleme hab ich mit 0 zu 2 nicht. Nee. Nichts zu danken, Robert, dass ich hier für deine... Hab ich echt nicht gehört. Ja. Das macht nen Headset-Unterschied aus. Allerdings. Satt kommen? Ja, immer noch nicht. Ja, du warst da auch nicht angesprochen. Wer denn? Der Krieger, oder? Alle anderen. Halt doch mal die Fresse, du musst mich jetzt nicht tissen, du Arschloch. Doch, im Moment kann ich das noch tun. Im Moment sind wir noch gleich schlecht. Nein, hitten. Oh, Mann. Titten? Äh, alle bei B. Nee, titten nicht. Von deren Spawn aus gesehen... Hier bei A ist ein Nightmare. Ja. Hast du? Oben die Treppe kommt einer hoch. Oh, hier war der andere. Kannst du euch blenden? Ich glaube, jetzt können wir euch blenden, ja. Wenn ich jetzt lege, passiert bestimmt, dass eine Sekunde vor Abschluss irgendwie der letzte... Ah ne, wir nehmen noch zwei. Der liegt hier, der liegt hier. Der ist hier beim Eingang, hab ihn. Prasenio, hast aber Schweine gehabt. Ja, weil wir normal... Prasenio, ich kann dich nicht hören! Ja, kann ich verstehen! Hier, Top Aim. Markel gesammelt und dann, äh, ist denn da los? Wollt der schon raus, oder? Was hast du gegen die Wand? Die stirbt mich, die war im Weg. Die hat doch gar nichts getan. Die war im Weg. Was heißt der gegen die Wand? Hat er eine Sat korrupt? Eins davor. Eins auch davor. Der kann mich am Arsch nehmen. Toll, der hebe ich, bis jemand in den Sack kommen möchte. Sack kommen? Die ist ganz besonders nützlich jetzt, die Sack kommen. Die Mutter ist nützlich. Einer ist hier hinten auf die Loro über B. Also auf die... Naja, ihr wisst schon, was ich mein. Zwei. Zwei. Oh, nicht mehr klar, aber mich kriegt der Wetter. Oben, oben in dem Scheiß. Oh, mit Tracker-Visier. 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 Oh, nice. Wie gern drei Paus. Oh nein, da hockt so ein Knife von da an der Ecke. Zwei auch noch. Zwei. Bei A sind zwei Knife von da an der Ecke. Da ist einer noch. Krieger. Die Treppe... Ja, genau. Geht nichts zu A. Oh nein! Krieger los. Du hast so ein Glück! Oh. Krieger-Biest-Mode. Ja, der ist glaube ich nur wegen seinem Scheiß Headset so gut, ey. Krieger los, kommt, kommt, kommt. Hat irgendwie die Loro von uns rausgeschoben, oder? Oh. Wo sind die denn alle? Da sind die Nine-Front, pass auf. Der war gerade auch selten löten. Oh. Lol. Und da unten rein. Alter, hat er ein Glück! Oh. Abschluss bestätigt. Die Zeit wird knapp. Ach, die Scheißmusik. Wette, ich finde den jetzt und dann... Ach, ja. Ja, Krieger. Was ist das eigentlich für eine Luckbox? Ja, oder? Ist denn? Ist doch nicht. Ah, ist denn. Ja, nicht mit mir. Alter! Hat das auch gehört? Ohne Scheiß. Ich kann euch nicht hören! Hallo! Das ist echt hässlich, ey. So viel Glück. Weißt du, wenn jedes Mal, wenn ich da hochklettere, dann gucken die Typen mich genau an. Bei dir legen sie sich hin und sagen, oh, Herr Krieger! Mr. God of Ghost! Das ist die Ehrfurcht. Ja, hab ich gemerkt. In diesem Sinne, gut Schuss! Aufhören, Robert. Bis zum nächsten Mal. Frisinho, den man nicht hört. Ach ja, den kann man nicht hören. Tschüss! Ciao! Hallo! Ich brauche noch eine Karotte. Schick mal deine Skype-Aufnahme rein.